Okay, Häuser wegmachen, das ist das Wichtigste. Sie kreisen uns ein, wir sind in Gefahr. Einmal eine Heilung reinschmeißen, so. Wart fort mit euch. So. So, und was hat A? Da, wieder eine grüne Maske, ein Glutband, okay. Ja, wir haben das jetzt ohne Verluste hingekriegt. Worüber ich sehr stolz bin. Die Rune ruft. Schon unterwegs. Dorthin. Was ist euer Begele? Zur Stelle. Das ist nicht weit. Zur Stelle. Schon unterwegs. Ich eile. Die Rune ruft. Schon unterwegs. Sprecht. Ich eile. So, dann sammeln wir mal. Was ihr wollt. Sofort. Unsere Arbeiterschaft. Ich eile. Das ist ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall Ruhe und sind kurz vom Level ab. Das ist wirklich doof. Ich brauche schwere Rüstungen. Das heißt, ich muss auf das Schild verzichten, wenn ich ja, das hier tragen möchte. Und die Adamantium-Prostplatte. Aber leider auch kein Hero, der das tragen könnte. Pflegepflicht. 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 hereな. vorwärts. Sprecht. Was ist euer Begehr? zur Stelle. Was ist nicht weit? So, euch sechs, halten wir mal zurück. Die restlichen zehn schicken wir mal hier rüber. Zwei Linie-Sammler richten einen hier oben, einen hier unten. Wir werden mit unserer Armee dann erstmal hier den Eingang Wir sehen die Tore gerade nicht mehr. Achso, doch, da sind sie. Ach, die waren hier. Den Eingang hier freiräumen und dann hier zumauern mit Türmen. Zur Stelle! Das ist nicht weit! Rasch! Ja, unser Schutzwall gegen die Frostwölfe. Das ging eigentlich besser, als ich erwartet habe. Vor allem der zweite Anlauf. Mag vielleicht wirklich an den Druidinnen, die ich jetzt dabei hatte. Ja, sofort! Ja, ich eile! So, wir brauchen Linie-Sammler. So sei es! Zur Stelle! Auf der Stelle! Und hier! Das ist nämlich so viel Linie, das können wir mit zwei Sammlern abdecken. Ach, wie nett, hier unten ist eine Kiste. Hier oben ist auch eine Kiste, die wird uns aber nicht richtig angezeigt. So, da kommt unser Baum angewatschelt. Ja, das ist gut. Hier, sofort! Mir nach! Sicher ist sicher. Jetzt überspeichern. Ich habe immer noch keine tolle neue schwere Waffe gekriegt. Zuerst kommen die leichten Waffen. Nee, da ist mir die gerade die, boah. Auch wenn ich eigentlich gerne lieber ein Schwert hätte als eine Axt. Aber es sind beides halt keine Waffen. Mir nach! So, im Gegensatz zu den Frostwölfen sollten die hier absolut kein Problem sein. So. Die Linien müssen halten! Sie kreisen uns ein! Wehrt euch, Schwestern! Ich gehe... Was ist euer Begehr? So. Das ist nicht weit! Können wir mal einen Blick da reinwerfen? Nicht da reinrennen. Nein, nein. Okay, das scheint aus zu sein. Zur Stelle! Schon unterwegs! Was ihr wollt! Sofort! Meine heilige Pflicht! Ja? Ich eile! Wie ihr wünscht! Zur Stelle! So sei es, was ihr wollt! So sei es! Und ja, ich baue ihnen jetzt die Verteidigung direkt vor die Haustüre. Buff! Vielleicht! Ich komme zum Glück wieder in. Wenn wir hierve請tren, dann mal ein bisschen. Ich glaube die Hustüre! Ich europe sch triumph~! Wir kommen zum Glück wieder dazu! Ich bin gl Mount bis Shoulderstörb enden. Ich binarespace! Ich quetsche sozusagen alles hier rein, was ich rein quetschen kann. Meine heilige Pflicht. Das Bauwerk ist vollendet. Sprecht. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist mir eine Ehre. So, dann kann ich mal weiter. Wie ihr wünscht. Gut, die sammeln hier schön linier. Ja, wie gesagt, ein Nahrungslager und eine Jägerzunft. Oder was, Jägergilde? Fischerzunft war es, das war die Jägergilde, ja. Für mehr Nahrung. Ja, hier drüben keine Tierchen mehr. Ich könnte hier unten noch jagen, wenn es sein müsste. Das Bauwerk ist vollendet. Okay, ich kann hier in die Nische keinen Frostwerfer geben. Ich kann da durchschießen. Ist ja nett. Auf mein Befehl. Vorwärts. Also, ja, gut zu wissen, dass ich da unten theoretisch auch noch jagen könnte. Wenn ich hier das ganze Jagdwild aufgebraucht habe. Das Bauwerk ist vollendet. So, noch mehr Defense. Das Bauwerk ist vollendet. Zum Ruhme Ahrens. Da hinten noch ein bisschen was. Also, hier noch zwei Türme. Da hinten noch drei Türme und ein Frostbringer. Dann haben wir, glaube ich, genug Defense. Okay, der Tum kann sich gerade nicht entscheiden, auf wen er schießen soll. Dasízeln. Okay. Bis zum nächsten Mal.